Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit es feststeht, dass Bundespräsident Gauck nicht weiter den Grüß August machen will, werden regelmäßig potenzielle Nachfolgekandidaten genannt. Der rückwärtsgewandte Zweig der CDU kommt nun mit einem recht ungewöhnlichen Vorschlag daher und möchte gerne Konrad Adenauer als nächsten Bundespräsidenten sehen. Den Einwand einiger weniger Kritiker, der Adenauer wäre schon seit Jahrzehnten tot, tat die Union mit bayerischen Worten ab. Kanzlerin Merkel meinte dazu, dass Konrad Adenauer zwar schon länger nicht mehr aktiv in der Politik sei, aber er würde ihr vollstes Vertrauen genießen und sei deshalb so lange alternativlos, bis ein neuer Wind weht. Wir halten Sie weiter mit dem neuesten Unsinn auf dem Holzweg. Musik 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 Vielen Dank.